Roger, zerstören Sie die Brücke. Noch ein Treffer. Ziel zerstört. Ziel ausgeschaltet. Es sind mehrere Nanosoft-Maschinen in diesem Gebiet. Over. Es sind mehrere Krakow-Maschinen in diesem Gebiet. Over. Ein Zielobjekt im Anflug. Over. Zwei Zielobjekte im Anflug. Over. Drei Zielobjekte im Anflug. Over. Mehrere Zielobjekte im Anflug. Over. Wir haben einen Feind auf dem Scanner. Over. Wir haben zwei Feinde auf dem Scanner. Over. Wir haben drei Feinde auf dem Scanner. Over. Wir haben mehrere Feinde auf dem Scanner. Over. Bestätigt. Angriff auf Ziel. Over. Mehrere Nanosoft-Ziele auf dem Scanner. Over. Slater. Ich weiß, dass es der Chip deiner Schwester ist, aber er ist darauf programmiert, dich zu töten. Vergiss nicht. Entweder wir oder sie. Alpha Zwei an G-Police. Der Zug steht. Over. Das sieht schwer nach Nanosoft aus. Ich glaube, wir haben da etwas gefunden. Denk mal dran, was passiert ist, Slater. Es ist Zeit, den Tod deiner Schwester zu rächen. Slater! Hier spricht Kreitschig. Bis jetzt hattest du ja nicht viel Glück mit deinen Wingmen. Ich hoffe, ich kann dich entschädigen. Oh mein Gott. Ein Kapital-Glas. Aber die sind doch seit dem Krieg verboten. Es sind mehrere Nanosoft-Maschinen im Anflug. Over. Es sind mehrere Krakow-Maschinen im Anflug. Over. Mehrere Krakow-Ziele auf dem Scanner. Over. Ganz langsam, Slater. Du sollst den Feind beschießen. Die waren harmlos, Slater. Du wirst noch unseren Ruf ruinieren. Beschädigung kritisch. Systeme unten. Komme zurück zur Basis. Es sieht nicht gerade gut für uns aus, Slater. Lass uns abhauen. Ja, ich glaube es nicht. Wir haben es tatsächlich geschafft. Slater, dieses Ziel war nicht freigegeben. Slater, ich habe die Venoms gescannt. Sie enthalten Cortex-Chips. XG-Police. Auch von deiner Schwester. Deiner eigenen Schwester, Slater. Aktivieren. Over. Deaktivieren. Over. Schon unterwegs. Over. Angriff wird abgebrochen. Over. Omega-Führer. Wir haben nichts auf dem Scanner. Over. Guter Schuss, Slater. Energiezufuhr zerstört. Energiegenerator zerstört. Sprechverbindung ausgefallen. Die Sache wird langsam heiß hier. Mich hat's schwer erwischt. Achtung. Sie haben automatische Geschütze. Beschuss durch Bodentruppen. Hier kommt die Kavallerie. Hier kommen unsere Truppen. Feindliche Bodentruppen identifiziert. Over. Großartiger Schuss. Er hatte keine Chance. Ausgezeichnet, Slater. Wetten? Die haben gar nicht gemerkt, wer sie erwischt hat. Rot getroffen, Slater. Ich bin beeindruckt. Ah, Slater. Das war ein ziviles Fahrzeug. Slater. Sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft bekommen. Wir müssen da rein. Sie haben ohne uns keine Chance. Ein Jäger versucht zu entkommen. Zerstören Sie ihn. Hey, ich bin froh, dass wir die Venoms wieder haben. Die Jungs sehen aus, als hätten sie etwas zu verbergen. Ich frage mich, was? Ah, das Riesenbaby, ja? Ich bin fertig, wenn du so weit bist. Die Türen sind fest verschlossen. Die Türen sind fest verschlossen.